Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, das Jahr neigt sich jetzt wirklich dem Ende zu. Von daher gibt es jetzt hier nochmal eine Liste mit zehn verschiedenen Anwendungen, die so quasi meine Linux-Anwendungen im Jahre 2022 sind. Das ist so eine bunte Mischung aus verschiedenen Dingen, die einzelnen, ja relativ kleinen Anwendungen, die aber dennoch praktisch sind und größeren, ja durchaus interessanten Dingen. Schauen wir da gleich mal rein. Bevor es jetzt aber mit meinen zehn Anwendungen losgeht, noch ein kleiner Hinweis dazu. Das ist quasi ein Gemeinschaftsprojekt von Jean und mir, wo wir halt jeder zehn Linux-Anwendungen vorstellen. In seinem Kanal Linux Guides auf YouTube, da könnt ihr sehen, was er ausgewählt hat. Ja, guckt da einfach mal vorbei. Meine erste Anwendung ist der Brave Webbrowser. Der basiert auf Chromium, also auf dem freien Teil vom Chrome Webbrowser von Google, ist damit auch kompatibel zu diesen ganzen Chromerweiterungen, die es dafür normalerweise gibt. Anders als das Original legt Brave Wert auf Datenschutz. Einmal sind da verschiedene Mechanismen drin, die das Fingerprinting erschweren, sodass, wenn ihr keine Cookies zulasst oder die hinterher wieder löscht, dass ihr für die Werbeindustrie trotzdem durch Fingerprinting wiedererkennbar seid. Da gibt es Schutzmechanismen direkt in Brave drin, sodass das nicht so einfach oder eben gar nicht funktioniert. Gegen Tracking und andere Versuche, euch zu identifizieren, sind da viele Mechanismen drin, um das deutlich zu erschweren. Wir haben auch einen integrierten Werbeblocker. Also ihr braucht nicht unbedingt eine Erweiterung installieren, damit ihr die Werbung losseit. Ja, es ist auch noch ein Tor-Browser integriert. Tor ist ein Netzwerk, ein spezielles Netzwerk, was gebraucht wird, um seine Identität zu verschleiern, seine IP-Adresse zu verschleiern, dass man nicht so genau gucken kann, wer jetzt auf der Gegenseite sitzt. Das nutze ich sehr gerne, diese integrierte Tor-Funktion, wenn ich wieder so einen elendig langen Datenschutz-Cookie, sonst was Text davor kriege und wenn da denn steht, ja, übrigens, wir übertragen deine Daten eigentlich überall hin. Also es gibt immer noch Seiten, die sowas tun und wenn ich sowas denn sehe, dann lese ich mir das gar nicht mehr durch, dann schmeiße ich bei Brave diesen Tor-Browser-Modus an und dann gucke ich das da drüber. Dann sollen die halt mit diesen anonymisierten Informationen machen, was sie gerne wollen und ja, ich lese mir den Kram dann halt nicht mehr durch. Es gibt in den neueren Brave-Versionen sogar einen speziellen Modus, der versucht, diese Cookie-Bander einfach wegzufiltern. Das klappt mehr oder weniger gut. Wenn es gut funktioniert, seht ihr nichts mehr davon. Wenn es nicht gut klappt, dann müsst ihr es für eine Seite auch mal wieder freischalten. Insgesamt verwende ich Firefox weiterhin für sehr viele Dinge, also für Videokonferenzen benutze ich normalerweise den Firefox, aber es gibt so ein paar Seiten, wo Firefox nicht so gut funktioniert. Das liegt auch daran, dass ich den relativ stark abgesichert habe bei mir und immer dann, wenn ich so eine Webseite habe, die so ein bisschen bockig ist, dann nehme ich den Brave-Browser. Brave selbst ist freie Software unter der Mozilla Public License 2.0. Ihr könnt daher den Quelltex auch runterladen, selbst kompilieren, was aber sehr, sehr lange dauert. Von daher braucht ihr es nicht unbedingt. Und wenn ihr fertige Pakete für Debian, Ubuntu, Linux, Mint haben wollt oder auch für andere Distributionen, dann findet ihr die ganzen Informationen und Downloads unter der Seite hier. Mein nächstes Projekt ist Upscaling. Das ist eine Anwendung, die lokal auf eurem Rechner läuft und Bilder hochskaliert. Wir kennen das wahrscheinlich alle aus irgendwelchen dubiosen Krimiserien und anderen Filmen, wo denn auf wunderbare Seite so ein ganz kleines Briefmarken, großes Bild hochskaliert wird und auf einmal erkennt man den Täter. Das klappt natürlich nicht in der Realität. Aber man kann durch ein neuronales Netzwerk, was darauf trainiert ist, einfach Details erfinden lassen. Also das verwendet statistische Methoden und denkt sich einfach Pixel aus, die an die Stelle höchstwahrscheinlich passen würden. Und das klappt mehr oder weniger gut. Das gucken wir uns gleich noch mal ein bisschen an. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Das ist so ein bisschen der Spieltrieb dieses Mal dabei. Und es gibt verschiedene Modi für verschiedene Arten von Bildern. Also es gibt einmal quasi normale Fotobilder. Dafür gibt es eine Variante. Und dann gibt es auch für Comics, quasi Mangas, digitale Kunst. Dafür gibt es so einen Modus. Und dann gibt es auch noch so einen Schärftenmodus. Das kann man darüber machen. Damit das Ganze funktioniert, braucht ihr eine Vulkan-kompatible Grafikkarte auf eurem Linux-System. Natürlich die passenden Treiber dafür. Ich habe bei mir eine Nvidia-Karte drin. Damit geht das. Upscaly könnt ihr als App-Image runterladen. Das ist eine Datei, wo alles wirklich drin ist. Da ist dieses neuronale Netzwerk drin. Da ist die Oberfläche drin mit allen eventuell vorhandenen Grafiken. Und dann könnt ihr diese Datei ausführbar machen und einfach starten. Also das ist ganz einfach. Runterladen, ausführbar machen und starten. Und schon läuft es. Die Software selbst ist unter der Archie PL V3 veröffentlicht. Und das da drin eingebaute Modell ist unter dieser BSD-3-Punkte-Lizenz veröffentlicht. Die Software selbst bekommt ihr auf der Projektseite. Dort gibt es den Quelltext dafür und auch die vorkompilierten App-Images. Das ihr es einfach bloß noch ausführen müsst. Ja, wenn ich App-Scaly jetzt einfach mal gestartet habe, ist das schon die Oberfläche hier. Mehr ist da wirklich nicht dabei. Ich habe hier meinen ersten Schritt. Ich suche mir ein Bild aus. Hier habe ich jetzt mal ein uraltes Bild genommen, was ich vor sehr, 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 sehr vielen Jahren mal mit so einer analogen Kamera gemacht habe. Das habe ich dann irgendwann mal eingescannt. Und ja, da ist sogar, keine Ahnung, wahrscheinlich sogar ein Haar drin. Da sind so Kratzer drauf. Und mal gucken, was da so sich rausholen lässt. Ob man da noch ein bisschen was Besseres rausholen kann, sodass dieses neuronale Netzwerk irgendwie ein paar tolle Details dazu erfindet. Oder ob es daneben geht. Mal gucken. Als nächstes setze ich im zweiten Schritt noch die Art von diesem Bild. Ist das ein allgemein so ein Foto? Es könnte aber auch digitale Kunst sein. Oder ob ich das Bild schärfen möchte. Also theoretisch ist es erstmal so allgemein so ein Bild. Aber vielleicht kriegen wir mit Schärfen nachher noch so ein bisschen was Interessanteres raus. Ich könnte hier jetzt noch einen Kuller setzen, sodass ich denn noch eine höhere Qualität rauskriege. Aber das lasse ich erstmal aus. Und hier gebe ich noch an, wo ich das Ganze speichern möchte. Ich habe hier unter Temp Testbilder meine Testbilder drin. Und dort wird auch die Ausgabe hingeschrieben. Ja, dann klicke ich bloß noch hier drauf auf Upscale. Und dann dauert das so ein bisschen. Es macht Magie. Und macht vielleicht was Feines draus oder auch nicht. So, das hier ist es denn, das Ergebnis. Ich habe auf der linken Seite mein Original, also unverändert. Und auf der rechten Seite das, was das neuronale Netzwerk draus macht. Also was dabei auffällt ist, diese Körnung hier, die im analogen Medium einfach drin ist, die ist deutlich reduziert. Und ja, also so im Hintergrund diese Schatten von den Bäumen oder was auch immer das da genau ist, die haben sich jetzt nicht so großartig geändert. Also das bleibt relativ unberührt davon. Und auch dieses Haar ist auch noch drin. Genauso wie die Kratzer hier. Wenn ich jetzt den nächsten Modus hier mal nehme. Ich mache jetzt hier mal Sharpen Image. Das dürfte auch noch ganz gut dazu passen. Jetzt mache ich dasselbe nochmal. Dann macht es wieder Magie. Und dann gucken wir gleich mal, was für eine Magie dort gewirkt wurde. Das dauert immerhin schon mal deutlich länger. Mal gucken, ob es denn auch deutlich besser ist. Und was ihr wahrscheinlich nicht hört, der Rechner steht so einen Meter, anderthalb Meter von mir. Und der Lüfter läuft jetzt ganz gut auf Hochtouren. Das ist jetzt das Ergebnis von diesem Schärfen-Modus. Und ja, ist das jetzt so viel schärfer? Also ich würde erst mal sagen, nein. Also vielleicht ein ganz klein bisschen. Und diese Filmkörnung hier, die ist weniger verwaschen als beim anderen Modus. Dann kann ich nochmal diesen Modus für digitale Kunst verwenden. Und mal gucken, was da rausfällt. Wobei das eigentlich ja nicht das ist, was dieses Bild ist. Es ist ja wirklich ein Foto. Aber mal gucken, was da rausfällt. Es geht schon mal deutlich schneller als das Schärfen. Ja, und als digitale Kunst sieht es denn so aus. Also das macht es nochmal etwas verwaschener als das Erste. Und ja, so eine kleine Schärfung, würde ich sagen, ist da drin. Okay, gut. Also das war jetzt nicht unbedingt so das super Bildmaterial dafür. Ich gucke nochmal nach dem anderen. So, als nächstes habe ich jetzt mal so ein Vorschaubild für unsere Halloween-Spezialfolge genommen. Da habe ich so ein bisschen was zusammengebastelt. Also exakt so hat es das nicht gegeben. Ich habe aus mehreren Bildern was zusammengebastelt. Im Hintergrund ist das Spiel selbst, was da gelaufen ist. Da habe ich dieses Gesicht gemacht. Das ist schon so. Der Tux sitzt im Hintergrund. Aber Jean habe ich aus dem anderen Bild da so reinkopiert, weil er da so erschrocken guckt. Dann habe ich hier natürlich so einen Kasten rumgemacht und beschrieben, worum es in dieser Folge geht. Noch so ein bisschen digitales Blut draufgeschmissen. Und wenn wir da jetzt mal gucken, was es da für verschiedene Ausgaben gibt. Also digitale Kunst, würde ich sagen, könnte man mit anfangen. Mache ich jetzt auch mal. Mal schauen, was da rauskommt. Also es wird wirklich zu digitaler Kunst. Und wenn das hier jetzt kein direkter Horror ist. Also Hintergrund, da würde ich sagen, das ist natürlich nicht so, wie es gewesen ist. Aber durchaus interessant ergänzt. Also hier mit diesen Spritzern oder so. Ja, doch, durchaus ganz nett geworden. Hier mit den Spritzern finde ich, ist es gut geworden. Die Schrift selbst, die leidet so ein bisschen drunter. Mit dem Schatten da. Also das wird an Stellen ergänzt, wo er nicht hingehört und an anderen Stellen fehlt es. Aber würde ich sagen, ist schon mal okay. Oder auch das hier. Das ist auch irgendwie interessant. Keine Ahnung, was es genau ist. Aber es ergänzt es interessant. Aber dieses Muster, was da im Hintergrund ist, das geht komplett verloren. Das ist hier, ja, digitale Kunst. Gucken wir mal, was da raus wird, wenn man ihm sagt, das ist ein Foto. Ja, ein Foto, da sieht es auch nach Horror aus. Der Tux bleibt ganz gut erhalten. Aber meine Augen da, also, das sieht schon ziemlich scheiße aus. Hier mit dem Blut, das sieht wieder ganz gut aus. Und Details hier hinten, also dieses Musters bleibt erhalten. Wird aber ergänzt durch irgendwelche Sachen, sodass es so ein bisschen matschiger wirkt. Hier die Zähne und das alles, das kommt ganz gut raus. Also das würde ich sagen, das hätte so sein können. Die Schrift ist natürlich wieder ein Problem. Aber, ja, ja, also ist ein Problem. Genau. Gucken wir uns nochmal den letzten Modus an. Hier Schärfen von dem Bild. Das dauert bestimmt wieder deutlich länger. Obwohl diesmal ging es relativ zügig. Also da, gut. Also das wird auch, naja, es ist jetzt nicht dieser Modus mit Comic, also digitale Kunst. Aber ich finde, das sieht schon so aus, als ob das irgendwie mit Trainingsdaten beworfen wurde, dieses Netzwerk, wo relativ viele Kunst und gemalten Bilder drin waren. Mal gucken, wie sehe ich aus. Echt super Augenringe. Na gut, ich war auch so ein bisschen geschminkt, von daher ist das in Ordnung. Aber dieses Grinsen hier, das ist richtig fies. Also das ist so ein richtiges Horrorgrinsen, das passt schon. Und das hier, dieses Muster im Hintergrund, naja, das wird auch nicht besser dadurch. Dafür finde ich, ist der Schatten hier relativ gut rausgekommen. Also sowas kann man damit machen, mit diesem neuronalen Netzwerk, mit Upscaly. In dieser Vorschau sieht man natürlich noch nicht, dass es irgendwie hochskaliert wurde. Es ist quasi 1 zu 1. Aber in diesem Verzeichnis, was ich hier angegeben habe, dieses Output-Folder, dort wird das abgelegt, eine hochgerechnete Version von diesem Bild. Gut, dann können wir da auch nochmal kurz reingucken, wie das aussieht. Gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal in voller Pracht an. Also das hier ist das Bild, was ich reingegeben habe. Das ist das runterskalierte Bild von dem Original. Also das ist quasi ein Viertel von der Auflösung, im Gegensatz zu diesem Full-HD-Bild, was es gleich ist. Das habe ich reingegeben ins neuronalen Netzwerk. Dann habe ich hier als nächstes das, was der Upscaly daraus macht, in diesem einen Modus da. Das sieht dann so aus. Nochmal Original und hochskaliert. Ist durchaus ganz nett, würde ich sagen. Und jetzt als letztes hier ist das wirklich Full-HD-Original-Bild. Und da könnt ihr nochmal sehen hier. Hochskaliert, Original. Hochskaliert, Original, volle Auflösung. Ja gut, also das wird so nicht erreicht. Ist auch irgendwie klar. Denn dieses neuronale Netzwerk, das ist ja eine Statistikmaschine, die an den Stellen, wo Pixel fehlen, einfach neu hinzufügt und das nach Statistik macht. Also das kennt ja nicht das Originalbild, das so aussieht, sondern das ergänzt da Stellen, so wie es das aus anderen Trainingsdaten gelernt hat. Ja, also es kann nicht zaubern. Es macht so ein bisschen Magie drauf. Kann gut aussehen, kann schlecht aussehen. Probiert es einfach mal aus, wenn euch sowas interessiert. Also man kann damit einfach mal rumspielen. Die Ergebnisse sind durchaus zum Teil ansehnlich oder einfach bloß lustig, wenn es mal daneben gegangen ist, so wie hier. Ja, das nächste Programm ist Camset. Wie der Name auch schon irgendwie sagt, damit kann man Kameras einstellen. Ja, das sind normalerweise Kameras wie Webcams. Ob das jetzt eine integrierte Kamera ist oder so wie hier. Da habe ich so ein Ding oben auf dem Monitor hängen. Oder ob das eine Capture-Karte ist, ist eigentlich relativ egal. Unter Linux gibt es dafür eine gemeinsame Schnittstelle. Also über USB schließt man es häufig an oder eben wenn es integriert ist, dann ist es irgendwie anders angeschlossen. Und diese Schnittstelle kann man halt konfigurieren, kann dabei Helligkeit, Kontrast, den Fokus setzen und verschiedene andere Einstellungen. Also ja, sodass das Bild halt irgendwie halbwegs gut aussieht. So wie jetzt. Ich habe mein Bild so ein bisschen ans Umgebungslicht angepasst. Als ich angefangen habe mit der Aufnahme, da war es draußen noch so ein bisschen hell. Jetzt ist es schon sehr dunkelgrau draußen. Und ja, habe das so ein bisschen angepasst, damit ich nicht komplett bleich aussehe. Camset ist eine Oberfläche dafür, wo ihr verschiedene Regler habt, sodass man das alles einstellen kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, Profile zu laden und natürlich auch zu speichern, damit man erstmal welche hat. Camset ist freie Software unter GPL V3. Und ihr könnt euch Camset so runterladen von der Projektseite. Und da steht auch drauf, wie ihr es unter eurem System installiert. Ich habe das Ganze mit PIP3 installiert. Das ist ein Paketmanager für Python. Und da gibt es einfach ein Paket für und das wird installiert und dann läuft das. Gucken wir uns auch nochmal ein bisschen an, wie das so aussieht. Ich habe euch das jetzt mal da so rein montiert. Das ist ein einzelnes Fenster, wo es drin läuft. Ich habe hier einmal verschiedene Videogeräte. Bei mir habe ich eine integrierte Webcam und auch die hier oben drauf sitzt, sodass ihr mich sehen könnt. Dann gibt es ja verschiedene andere Geräte. Und je nachdem, welches Gerät ich hier habe, habe ich verschiedene Einstellungen. Bei dieser Webcam, die ich jetzt dran habe, da habe ich sehr viele Regler. Ich kann hier zum Beispiel diesen Weißabgleich automatisch machen lassen. Ich stelle den normalerweise aus, damit sich nicht ständig meine Gesichtsfarbe irgendwie ändert, wenn ich ein größeres Fenster offen habe, was hell ist. Oder wenn mein Monitorbild auf einmal ziemlich dunkel wird, dann versucht die Kamera nachzukalibrieren und das klappt mir oder weniger gut. Von daher stelle ich das normalerweise aus. Dann habe ich hier unten den Autofokus. Den mache ich auch aus. Die Kamera ist mehr oder weniger gut da drin, sich einzustellen darauf, dass ich auch scharf bin. Also eine andere Kamera, die hat auch immer so ein Klackern. Die hat immer so ein klein bisschen vor und zurück gespult mit dieser Optik, die da in der Kamera drin ist. Das war so ein ekliges Klackern und es wurde nie wirklich scharf. Also von daher ausmachen ist manchmal gar keine so schlechte Idee. Stellt das einmal scharf ein und dann gibt es die Möglichkeit hier, die, den, den, ach wie heißt denn das? Ich glaube Blende heißt es. Die Blende einzustellen, wo mehr oder weniger Licht in das Objektiv reingelassen wird. Das würde ich hier auch ausmachen. Dann könnt ihr hier mit diesen einzelnen Reglern rumspielen mit hier Helligkeit, Kontrast, Sättigung. Dann haben wir hier Gain, wie viel da rein gepumpt wird oder so. Also irgendwie wie viel da durchgehen soll. Ich kann das einfach mal machen hier. Wenn ich das einfach mal so mache, falle ich hier auch aus meinem Greenscreen raus. Also ich habe so ein grünes Ding hinter mir und wenn ich das da wieder rausnehme, dann bin ich da wieder irgendwie so zurück. Genauso kann ich es ja mit Schärfe machen, mit Gegenlichtkompensation. Keine Ahnung, ob man da so einen Unterschied sieht. Es geht, ne? Und dann, was haben wir noch hier? Bei einigen Kameras kann ich auch hin und her schwenken. Also ich muss die Kamera nicht bewegen. Da ist so ein kleiner Motor drin. Das geht hier jetzt nicht bei der. Und das geht hier auch nicht. Und naja, also ich kann hier verschiedene Sachen einstellen. Fokus natürlich. Das kann ich bei Hand machen. Da drüber. Und ich kann auch rein zoomen. Solche Sachen kann ich über Camset machen. Und hinterher kann ich das, was ich hier eingestellt habe, auch nochmal speichern. Und automatisch laden lassen oder ein anderes Profil laden lassen. Hier kann ich auch noch auswählen, welche Auflösung ich haben möchte. Und in welchem Video-Rohformat dieses Bild weitergegeben werden soll. Und ich kann auch noch zusätzlich sagen, wie viel Hertz die Netzfrequenz hier ist, damit sich die Kamera eventuell auf Leuchtstoffröhren kalibrieren kann, sodass ich da nicht so ein Flackern im Bild habe. Meine nächste Anwendung ist der Heroic Games Launcher. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht. Einmal für die Tux-Tage in der kürzeren Variante spielen unter Linux. Ein Füllhorn der Möglichkeiten. Und dann gibt es noch einen Zweiteiler, wo ich nochmal deutlich mehr Spiele vorgestellt habe. Mit diesem Heroic Games Launcher kann ich Spiele, die es bei GOG gibt, Good Old Games, und bei Epic runterladen, wenn ich die vorher gekauft habe oder irgendwie gratis mal dazu gekriegt habe. Und die auch installieren auf meinem System. Bei Epic sind es eigentlich bloß Windows-Spiele, soweit ich es bis jetzt gesehen habe. Und damit die auch unter eurem Linux-System laufen, gibt es dafür Wine. Das ist so eine Emulationsschicht, so eine Laufzeitumgebung letztendlich, sodass diese Spiele denken, sie laufen unter Windows, obwohl es eigentlich unter Linux läuft. In dem Heroic Games Launcher ist eine Verwaltung für verschiedene Versionen von Wine drin. Also es gibt mehrere Versionen davon, die optimiert sind für verschiedene Spiele, damit die besonders gut laufen. Und da habt ihr eine Verwaltung drin, sodass ihr dann verschiedene mal runterladen könnt von diesen Laufzeitumgebungen und je nach Spiel auch sagen könnt, ja, dieses Spiel möchte ich gerne damit ausführen und das andere mit etwas anderem. Den Heroic Games Launcher gibt es als App-Image. Das ist eine ausführbare Datei, die ladet ihr runter, macht sie ausführbar und startet die. Und damit seid ihr durch. Das Ganze steht unter der GPL V3, also ist freie Software und den Quelltext und alles andere könnt ihr unter der Projektseite hier finden. Und da habt ihr noch ein paar Informationen und auch Downloads zu den fertigen Sachen direkt auf der Produktseite, wie auch immer, auf der anderen. Gucken wir noch mal kurz rein. Wenn ihr das Ganze ausführlicher haben möchtet, dann guckt wirklich dieses andere Video, am besten in der langen Fassung. Ja, so sieht es aus, wenn ich es gestartet habe. Ich habe meine Bibliothek hier als erstes offen. Da sind meine ganzen Spiele drin, die ich allerdings nicht gekauft habe. Die gibt es bei Epic. Jede Woche gibt es irgendwas mehr oder weniger Gutes bei. Überwiegend würde ich sagen, da ist ja irgendwie so die untere Restekiste eher mit dabei. Aber es sind manchmal auch ein paar nette Sachen bei. Also sowas hier ist doch ganz nett und wenn man es gratis kriegt, warum nicht? Die Spiele sind allerdings alle mit DRM verseucht. Also das bedeutet, wenn der Hersteller den Support einstellt oder den Server, der zum Abgleich verwendet wird, nicht mehr funktioniert, dann könnt ihr diese Spiele nicht mehr spielen, auch wenn ihr sie gekauft habt. Also ihr habt das Spielen zwar bezahlt, könnt es aber eventuell irgendwann nicht mehr laufen lassen. Das ist blöd dabei und einige von diesen Titeln sind auch so gebaut, dass sie ohne eine ständige Internetverbindung überhaupt nicht starten und nicht spielbar sind, auch wenn das überhaupt keinen Sinn macht. Also selbst wenn ihr Spielstände lokal auf der Platte ablegt, braucht ihr eine Onlineverbindung auch für so publige Spiele wie ja Doom 64. Es gibt keinen Grund, warum es eigentlich Internetverbindungen bräuchte. Aber da es hier Epic ist, sind da sehr viele Titel bei, die eine Internetverbindung voraussetzen, ohne dass es spieltechnisch überhaupt Sinn macht. Ein bisschen mehr zu dem Thema habe ich mich in der Langfassung auch noch ausgelassen. Also ich sehe es so, wenn ihr diese Spiele kostenlos quasi mit dazu kriegt und es euch egal ist, wenn die von heute auf morgen nicht mehr laufen, dann macht es. Aber ansonsten würde ich um DRM immer einen großen Bogen machen. Von daher, wenn ihr Spiele kaufen wollt, dann kauft die eher bei GOG. Da habt ihr keine DRM-Versäuchung drauf. Ihr könnt den Installer runterladen, könnt ihn bei euch zu Hause auf eine Festplatte packen. Und wenn GOG irgendwann pleite ist oder der Spielehersteller, könnt ihr es immer noch spielen. Dann noch kurz dazu zu diesem Wine Manager hier mit den verschiedenen Laufzeitumgebungen. Es gibt hier verschiedene Varianten hier. Wine GE Proton in verschiedenen Versionen. Dann gibt es hier so eine spezielle Version, die für Leech of Legends. Ich denke, so wird es ausgesprochen. Direkt dafür optimiert ist, dann gibt es auch hier noch Proton GE als eine andere Variante. Und ich habe bei mir jetzt hier diese zwei Varianten. Also diese Proton GE 35, die habe ich drauf. Und diese andere Variante, die habe ich auch noch mit da drauf. Und einige Spiele führe ich halt hier mit aus. Also ich glaube, normalerweise verwende ich immer diese hier. Und wenn das irgendwie nicht gehen sollte, dann springe ich zu der Variante um. Genau. Und damit kann ich diese Spiele aus dem Internet runterladen, die ich entweder gratis dazugekriegt habe oder gekauft habe. Dann werden die bei mir auf der Platte oder der SSD installiert. Und dann kann ich sie auch über die Oberfläche hier starten. Kommen wir jetzt von den eher umfangreicheren oder irgendwie sehr pompös aussehenden Dingen zu Cherry Tree. Also der Kirschbaum, der hilft euch dabei, Informationen und Aufgaben strukturiert abzulegen. Und diese Aufgaben auch abzuhaken, damit ihr genau wisst, das und das habe ich schon gemacht. Das und das muss ich noch tun. Ihr könnt da drin auch Quelltexte reinpacken. Und es gibt Syntax-Hervorhebungen für verschiedene Programmiersprachen. Diese einzelnen Punkte, die ihr dort ablegt, könnt ihr auch einrücken und damit sehr viel verwalten. Das hat mir geholfen bei den Kilo Open Source und Linux Tagen. Da gibt es ja sehr viele einzelne Punkte, die man machen muss, die auch aufeinander aufbauen. Erst muss ich das eine machen, damit ich denn das nächste machen kann und das nächste und so weiter. Und da habe ich so eine Aufbereitung für meine Tätigkeit und kann das halt strukturiert organisieren. Cherry Tree steht unter GPL V3. Den Quelltext bekommt ihr auf der Projektseite bei GitHub. Informationen dazu und Downloads für verschiedene Distributionen oder wie man es auf Distribution installiert, seht ihr auf dieser Seite. Gucken wir nochmal kurz rein, was das so ist. Also erstmal ist es natürlich sehr leer. Jetzt kann ich hier einzelne Knoten anlegen und auch Unterknoten anlegen. Also erstmal so einen Hauptknoten. Vielleicht erstmal so. Dann habe ich hier einen Punkt, da kann ich einzelne Aufgaben reinschreiben. Kann damit so Cooler vormachen. Erstens, dann zweitens das da. Das wäre dasselbe. Genau, dann kann ich das auch einrücken. Und ich kann auch hier so Abhackkästchen vormachen. Also die Dinger kann ich nicht abhaken. Aber wenn ich jetzt so einen Punkt hier habe, Video aufnehmen und ich das gemacht habe, kann ich hier einen Haken setzen. Und dann weiß ich genau, aha, das habe ich jetzt schon gemacht. Und ja, so kann ich das strukturieren. Ich kann jetzt ja auch noch Unterpunkte anlegen. Vielleicht so mal. Dann habe ich hier so einen Unterpunkt. Und so kann ich den auch nochmal strukturieren. Ich kann das Ganze auch durchnummerieren lassen, indem ich hier 1, 2, 3 mache. Und dort habe ich dann verschiedene Punkte. Und immer wenn ich was Neues hinzufüge, dann wird das einmal hochgezählt. Ich kann auch hier einrücken oder wieder ausrücken. Ich kann auch Bilder einfügen, Tabellen und einen Codeblock machen und was weiß ich noch alles. Ich kann verschiedene Schriftarten auswählen. Ich kann Kursiv, Fettdruck, Unterstrichen, Durchgestrichen, dann Überschriften mit verschiedener Größe, Hochstellen, Tiefstellen, die das ganze Zeug halt machen. Ja, und damit habe ich so einen Helfer, der mir beim Organisieren von meinen Tätigkeiten irgendwie unter die Arme greift. PDF Arranger ist auch ein eher kleineres, aber sehr praktisches Programm. Man kann damit nämlich PDFs anpassen. Man kann jetzt ein größeres PDF einfach mal in kleinere aufteilen lassen. Man kann aber auch kleinere zu einem größeren PDF verschweißen. Man kann Seiten drehen, man kann die zurechtschneiden. Man kann Seiten umsortieren und so grundsätzliche PDF-Tätigkeiten damit durchführen. Ja, das kann man mit PDF Arranger, steht unter GPL V3. Die Informationen dazu, wo ihr das herkriegt, was man damit noch alles Tolles machen kann, findet ihr alles hier unter GitHub. Ebenfalls in der Kategorie klein, aber praktisch ist G-Timer oder G-Timer wahrscheinlich. Das ist eine einfache Zeiterfassung für Projekte, beziehungsweise in meinem Fall sind es Kunden, und Aufgaben, die ich für diese Kunden erledigt habe. Da habe ich quasi so eine Stoppuhr, die ich laufen lasse, wenn ich was für die tue, und dann hinterher wieder Stopp drücke, und dann kann ich genau gucken, aha, so und so lange habe ich in diesem Projekt für den Kunden für eine spezielle Aufgabe verwendet. G-Timer steht unter der MIT-Lizenz, den Quelltext bekommt ihr dort, und Dokumentation dazu gibt es unter dieser Adresse. Gucken wir einmal kurz rein, wie das so aussieht. Das ist das hier, da kann ich denn Projekte, Aufgaben, Dinge, die ich heute gemacht habe, oder eben die Zeit, die ich für die ganze Projektlaufzeit habe. Also wenn ich jetzt heute drei Stunden gemacht habe, vorgestern zwei Stunden, dann würde mir hier halt fünf Stunden stehen, und heute wäre eben das, was ich nur heute gemacht habe. Hier habe ich einmal Projekte, und da würde ich jetzt sowas machen wie Kunde 1. Dann habe ich da meinen Kunden drin, der bekommt einen Namen, und wenn ich hier mache Add, dann kann ich eine neue Aufgabe erstellen. Da wähle ich mir dann hier meinen Kunden aus, und Server installieren, sowas hier. Dann kann ich hier auf Start drücken, und dann läuft auch die Uhr für heute sekundengenau los. Und wenn ich wieder auf Stop drücke, dann hält die Uhr an, und dann kann ich genauer gucken, ich habe heute so viel gemacht, und insgesamt halt so viel. Kleines praktisches Tool für einfache Aufgaben und einfache Projekte. KeyPassXC, wahrscheinlich kennt ihr das schon. Es ist relativ weit verbreitet, einer der Passwortmanager, der lokal läuft. Also ihr gebt keine Passwörter mehr direkt irgendwo ein, sondern ihr übergebt diese Passworte an KeyPassXC, oder einen anderen Passwortmanager, und da speichert die verschlüsselt lokal auf eurem System. Das Nette dabei ist, dass KeyPassXC auch Passworte sich selbst ausdenken kann. Also da werden sehr lange Zufallszahlen und Buchstabenkombinationen generiert, auch mit Sonderzeichen und so weiter. Das sind Passworte, die nicht einfach zu erraten sind. Da beißt sich auch ein Computer, denn die Zähne dran aus, die virtuellen Zähne, so dass das sehr sicher ist, wenn ihr ein lang genuges Passwort generieren lasst. KeyPassXC ist für verschiedene Plattformen verfügbar, also für Linux natürlich, für Windows, MacOS denke ich auch mal. Und das könnt ihr auch einbinden, so dass ihr in Browsern wie Firefox oder Chromium-basierten Browsern so eine Erweiterung habt, mit der der Browser dann mit dem KeyPassXC kommuniziert und dann nachfragt, ich brauche für die Webseite XY mal ein Passwort, hast du dafür was? Und dann sagt KeyPassXC, ja, ich habe da schon mal was, darf ich das machen, lieber Benutzer? Und wenn man dann sagt, ja, hier, mach mal, dann wird dieses Passwort auch aus dem Passwortmanager in den jeweiligen Browser reinkopiert, in die richtige Stelle. Man kann auch direkt über den Browser neue Passwörter anlegen lassen und in KeyPassXC speichern lassen. Eine weitere tolle Funktion von KeyPassXC ist das Simulieren von Tastatureingaben. Also ihr könnt KeyPassXC ein Fenster mit einer Eingabe vorsetzen. Das kann, ja, ein Webbrowser zum Beispiel sein oder ich habe es gebraucht für die Installation von einmal Linux am Anfang. Da muss man eine ganz lange URL eingeben, von wo die Pakete bezogen werden. Das habe ich mit KeyPassXC abgelegt und habe ich diese Tastatureingabensimulation gestartet und dann hat er hier die einzelnen Tasten simuliert und an meine VM übergeben, sodass ich diese blöde URL nicht paant eingeben musste. Dafür ist es auch sehr praktisch. KeyPassXC ist freie Software unter mehreren Lizenzen. Da könnt ihr selbst nachgucken, wenn euch das interessiert, unter welchen das steht. Wenn ihr die Folien habt vor euch, also nicht hier im Video, sondern das, was ich verlinkt habe, dann ist hinter diesem blauen auch genau aufgelistet, welche Lizenzen das insgesamt sind. Das sind wirklich ein paar. Die Projektseite findet ihr hier. Da stehen auch die Lizenzen natürlich drauf. Und Informationen, sowie Download und Informationen, wie ihr es unter Distribution XY installiert, steht da auch drauf. Normalerweise ist es so, dass ihr KeyPassXC auch in eurem Repro drin habt, von der Distribution, die ihr verwendet. Von daher braucht ihr auch keine zusätzlichen Pakete. Es ist einfach schon da in sehr vielen Distributionen. Ja, wenn ihr jetzt noch keinen Passwortmanager haben solltet, guckt euch KeyPassXC einfach mal an. Der funktioniert lokal. Also es werden keine Informationen irgendwo in die Cloud reingeblasen oder sowas ist wirklich lokal für euch. Wenn ihr jetzt eure KeyPassXC Datenbank auf einem Rechner habt und dann eventuell auch auf einen weiteren Rechner synchronisieren wollt, dann könnt ihr es entweder per Hand immer hin und her kopieren. Ist irgendwie blöd. Oder ihr verwendet ein spezielles Tool wie hier SyncThink, also das Synchronisationsteil. Das synchronisiert zwischen verschiedenen Systemen, Dateien und Verzeichnisse und kann auch Dateistände versionieren. Also ihr habt denn lokal eine zusätzliche Kopie von der Datei. Wenn jetzt was reinkommen sollte durch ein anderes System, mit dem ihr gekoppelt sein solltet und da wird was überschrieben, dann habt ihr lokal noch einen älteren Stand und könnt ihn eventuell wieder herstellen. Das Ganze funktioniert entweder im lokalen Netzwerk. Da habt ihr einen eigenen SyncThink Server rumstehen. Das kann Raspberry Pi sein oder auch was Größeres. Oder ihr könnt im Internet direkt einen betreiben. Ihr könnt auch so eine Mischkonfiguration machen, sodass ihr lokal einen Server betreibt und einen von diesen kostenlosen Proxys verwendet, sodass die Daten, die ihr lokal gespeichert habt, über so einen Proxy auch nach außen kommen können. Das Ganze ist authentifiziert mit speziellen kryptografischen Schlüsseln, so dass diese Systeme, die ihr da drin habt, vielleicht habt ihr einen lokalen Rechner, Arbeitsplatzrechner, den ihr nicht mit durch die Gegend schleppt, dann einen Laptop, den ihr quasi immer mit dabei habt. Die könnt ihr synchronisieren, wenn die beiden im selben Netzwerk drin sind, in eurem lokalen LAN. Oder ihr könnt es auch so einrichten, dass der Laptop, den ihr mit habt, übers Internet, über einen von diesen Proxys auf das LAN zugreifen kann und damit Daten synchronisiert werden. Das könnt ihr so und so machen. Ihr könnt auch die Daten auf unvertrauenswürdigen Servern ablegen. Also das sind Systeme, wo ihr vielleicht nicht so hundertprozentig wisst, wer vielleicht noch Zugriff drauf hat. Da würde ich alles, was irgendwie so grob in Cloud reinfällt, dazu zählen, dass die einfach unvertrauenswürdig sind. Ich weiß es nicht, wer darauf Zugriff hat, ob der Hoster jetzt drauf zugreifen kann oder sonst irgendwas Sicherheitslücken sind und sonst was. Den würde ich erstmal so nicht vertrauen. Die sind aber praktisch als quasi Verteilserver, wo ich verschlüsselte Daten ablegen kann. Die werden nochmal über SyncSync direkt verschlüsselt, sodass sie dort keiner auslesen kann. Oder vielmehr bloß verkrüptetes Zeugs kriegt, was nicht lesbar ist. Denn damit ich synchronisieren kann, müssen die Systeme, die gegeneinander synchronisiert werden sollen, natürlich gleichzeitig laufen. Und wenn ich hier so einen zusätzlichen Server habe, dem ich zwar nicht vertraue, der aber ständig läuft, dann kann ich dort erstmal von meinem Arbeitsplatzrechner vielleicht Daten hin synchronisieren lassen. Die liegen dort verschlüsselt einfach rum. Der Server kann die nicht auslesen, aber er hält diese verschlüsselten Daten schon mal vor. Und wenn mein Laptop jetzt kommt und anfragt, ja, wie ist denn der letzte Stand davon, dann lädt mein Laptop diese verschlüsselten Daten runter und kann die mit einem lokal auf dem Laptop abgespeicherten Schlüssel wieder entschlüsseln. Ja, das Ganze gibt es für verschiedene Plattformen, sodass ich von einem Linux-System auf Windows-Rechter synchronisieren kann. Und es gibt eine Web-Oberfläche, über die ich diese ganzen Einstellungen mache. Da SyncSync auf jedem System selbst installiert wird, habe ich dort jedes Mal eine Web-Oberfläche, wo ich denn meine Geräte mit konfiguriere. Also ich muss die gegenseitig bekannt machen, damit die sich kennen, ihre kryptografischen Schlüssel austauschen, damit da der Übertragungsweg abgesichert ist. Und da kann ich auch meine zusätzlichen Schlüssel eintragen, um diese unvertrauenswürdigen Systeme zu verwenden, die es aber nicht lesen können. SyncSync haben wir uns auch schon mal in einer Live-Sendung der Jean und Hauke Show angeguckt. Ich verlinke euch das hier nochmal rein, dass ihr da mal gucken könnt, wie das so gelaufen ist. Da zeige ich das auch nochmal mit der Oberfläche und so weiter. Das ist eine total praktische Sache, finde ich, ohne dass ich jetzt so einen externen Dienstleister bräuchte, dem ich nicht wirklich vertraue. Da sind ja doch ein paar Sachen schiefgelaufen in letzter Zeit. Also von daher würde ich sowas lieber gerne selbst betreiben, was ich auch mache. Für meinen Fall reicht so ein Raspberry Pi aus. Da synchronisiere ich den gegen. Den nehme ich hier als unvertrauenswürdigen Server. Habe ich im lokalen Netzwerk und je nachdem, welchen Rechner ich denn gerade mal anschalte, der synchronisiert sich denn dagegen. Oder wenn die Systeme gleichzeitig an sind, dann können die auch zu mehreren Punkten auf einmal synchronisieren. Und SyncSync macht das sehr intelligent, das Ganze. Die Software selbst ist wiederum natürlich freie Software unter der MPL 2.0. Projektseite ist die hier und Informationen dazu, wie das alles funktioniert und wie ihr das aufsetzt, Downloads und so weiter, gibt es hier. Zum Abschluss nochmal ein bisschen was zum Spielen, Staunen oder eben auch zu sehen, was heutzutage alles noch nicht geht und vielleicht irgendwann mal kommen wird. Das ist Stable Diffusion 2, wobei es jetzt schon wieder ein neueres Netzwerk davon gibt. Die sind jetzt, glaube ich, bei 2.1. Ja, vielleicht sind euch in letzter Zeit mal verschiedene Dienste aufgefallen, die anhand von Begriffen Bilder generieren. Da sind neuronale Netzwerke hinter, die sind mehr oder weniger umfangreich und machen mehr oder weniger schöne Bilder. Stable Diffusion 2 ist ein freies Netz und freie Software dabei. Die Software selbst ist unter der MIT-Lizenz und die Modelle, die dort eingesetzt werden, sind unter dieser Lizenz. Ihr könnt das Ganze lokal installieren, braucht aber aktuell eine Nvidia-Grafikkarte, die mindestens 6,9 GB Speicher hat. Meine hat genau 6,0, also von daher kann ich es nicht lokal ausführen. Das ist einerseits irgendwie doof, wenn ihr sowas nicht habt. Grafikkarten sind ja immer noch relativ teuer und nur dafür zu kaufen wäre auch irgendwie Quatsch. Es gibt aber auch, ja, verschiedene Webseiten, wo man das mal ausprobieren kann. Dieses Hugging Face, da könnt ihr das mal online ausprobieren. Ja, es kommen manchmal ganz tolle Sachen raus, es kommen manchmal auch einfach bloß schrottige Bilder raus, die sich überhaupt nicht lohnen. Damit mal rumzuspielen ist durchaus interessant. Einige von diesen Bildern lassen sich optimieren, indem man besonders gute Begriffe hier wählt. Da gibt es denn, ja, Anweisungen ist eigentlich zu viel gesagt. Also irgendwann hat man vielleicht so ein grobes Gefühl dafür, wie man Begriffe wählt, damit was Gutes bei rauskommt. Und ja, mehr oder weniger hat man Glück dabei oder nicht. Damit kann man mal rumspielen. Ich gucke mir das gleich einmal mit euch so ein bisschen an. Ich habe verschiedene von diesen Online-Generatoren mal ausprobiert. Es gibt kommerzielle dafür, wo ihr wirklich viel Geld reinschmeißen müsst. Und die Bilder, die da rausfallen, sind auch nicht unbedingt besser. Bisschen vorsichtig sollte man natürlich immer damit sein, dass man da drauf reinfällt, auf diese Werbeaussagen oder dies, was nach außen hin propagiert wird. Jeder Hersteller möchte natürlich zeigen, dass sein eigenes Netzwerk total toll ist, dass da super Bilder rauskommen. Ja, das kann mit Glück gelingen, wenn ihr die richtigen Begriffe wählt oder einfach hundertmal wieder dieselbe Frage an das Netzwerk stellt. Denn jedes Mal wird ein leicht anderes Bild generiert oder ein komplett anderes. Von daher ist es einfach auch Glückssache. Und die Marketingagenturen suchen natürlich das aus, was total toll aussieht. Also seid nicht so enttäuscht, wenn da erstmal bloß sehr viel Mist rauskommt. Bei Menschen irgendwelche arme Beine, die an Stellen rauskommen, wo sie nun wirklich nicht hingehören. Und ja, probiert es aus oder lasst es bleiben. Aber wir können ja einmal kurz reingucken, mal gucken, ob wir Glück haben, dass da am Anfang schon mal was rausfällt, was nicht ganz müllig ist. Das ist jetzt diese Seite von hier Hugging Face, also das umarmende Gesicht. Da gibt es verschiedene Varianten von diesem Stable Diffusion. Es gibt auch noch die alte Variante, da könnt ihr auch drauf zugreifen. Ihr müsst euch da auch nicht anmelden. Ihr könnt jetzt hier einfach was eingeben, einen Satz oder einfach nur Begriffe. Wie gesagt, es ist einfach Glück, ob da hinterher was rausfällt, was gut ist. Ihr könnt in der neuen Version auch sagen, welche Begriffe nicht verwendet werden sollen zum Generieren. So ein bisschen mit diesen ganzen verschiedenen Generatoren habe ich rumgespielt, als es darauf zuging, dass wir unsere 20. Kilo Open Source und Linux Tage hatten. Und da habe ich mal nach Ideen für einen Kuchen gesucht. So ein Kuchen soll bei Linux Tagen natürlich irgendwie so ein Pinguin Motiv haben. Da habe ich hier eingegeben, Penguin Shaped Chocolate Cake. Also ein Schokoladenkuchen in der Form von einem Pinguin. So, jetzt gehe ich da auf Generieren. Und je nachdem, wie stark ausgelastet das gerade hier ist, dauert es länger mit der Warteschlange, dass ich mich weiter hinten anstellen muss oder weiter vorne bin. Im Moment ist es gerade nicht wirklich ausgelastet. Also man kann teilweise auch wirklich elendig lange drauf warten, bis da was rausfällt. Oder es gibt eine Fehlermeldung, dass im Moment halt überhaupt nichts geht. Es kommt sehr darauf an, wie es gerade jetzt ausgelastet ist, was vielleicht für ein Wochentag ist. Nur Uhrzeit oder ob das jetzt gerade wirklich neu ist. Als es gerade ganz frisch war, also Stable Diffusion 2, also noch nicht 2, 1, da habe ich das dann mal ausprobiert und das war so überlaufen. Also einer von 10 Versuchen wurde überhaupt irgendwie beantwortet und der Rest war halt bloß Fehler. Ja, also so, was kommt denn dabei raus? Also ich würde sagen hier, das da, ja, Schokoladenkuchen. Sieht irgendwie schokoladig aus. Hier auch mit Zuckerguss und so. Das ist doch ganz nett. Schnabel, ja. Also kann man schon so machen. Die Füße sind auch ganz gut. Beim nächsten hier, also diese Schokolade hier sieht ein bisschen komisch aus. Das ist vielleicht dunkle Schokolade. Die Augen, die Augen, wo vielleicht Augen drin sind und ein Schnabel, ist durchaus interessant. Und hier die, die Füße da, die sitzen irgendwo, wo sie nicht hingehören. Eine Nase, Schnabel, also würde ich sagen kreativ, aber irgendwie Thema so leicht verfehlt. Im Hintergrund gibt es noch ein bisschen hier Dekoration. Vielleicht eine Eistüte. Ich weiß es nicht. Eine Goldmünze. Ein Becher vielleicht und irgendwie Tischdecke. Keine Ahnung. Was haben wir noch hier? Och, das ist doch eigentlich ganz niedlich hier. Mit Schokoladenkuchen, Augen drauf. Könnte aber auch sowas ähnliches sein wie eine Katze, wenn da jetzt nicht hier diese Füße dran wären. Ja, wenn das jetzt nochmal groß macht. Ja gut, also runden Pinguin kann man schon doch relativ einfach machen und hier mit Zuckerguss was draufkleben. Das sollte eigentlich auch machbar sein. Das hier so ein bisschen katzenartig kann man doch anders machen. So als Ideengeber ist das gar nicht schlecht. Das hier würde ich sagen, Pinguin. Also ich sehe da jetzt keinen Pinguin. Vielleicht ist es so ein Fisch mit so einer Flosse hier unten und da oben auch nochmal so eine Flosse und Auge, Nase. Also würde ich sagen, das hier ist wirklich kein Pinguin. Ja, aber insgesamt würde ich sagen, ist es durchaus irgendwie interessant, was bei sowas rausfällt. Teilweise sind es fotorealistische Bilder, wo man wirklich zweimal hingucken muss, dass es generiert ist. Aber dass dann was durchaus Interessantes rauskommt, ja. Oder eben wirklich als Ideen für Dinge, die man selbst als Foto mal nachstellt oder ein Bild daraus malt oder so. Eine tolle Sache eigentlich. Aber diese Bilder, die hier rausfallen, sind nicht unbedingt verwertbar im größeren Umfang. Also hier einer von vieren würde ich sagen, ist ganz gut. Da müsste man nochmal ein bisschen nacharbeiten. Dieses Rumgekleckere hier, das muss noch irgendwie weg, das sieht nicht gut aus. Die Gabel da würde ich auch irgendwie wegschmeißen. Also man kann hinterher natürlich mit GIMP noch so ein bisschen rumretuschieren, dass man es doch verbessert oder so. Oder aus mehreren Bildern was kombiniert. Probiert es einfach mal aus. Ja, das war es dann auch mit meinen Linux-Anwendungen 2022. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Vielleicht das eine oder andere war doch neu für euch. Ihr habt vielleicht ein bisschen was zum Rumspielen gefunden. Ansonsten macht es nach oder auch nicht. Hier Glocke drücken, abonnieren und bis dann. Und tschüss. Tschüss.